Hey, habt ihr mich angerufen? Ja, sicher. Was wollt ihr denn? Ich wollte zwei Millionen haben. Zwei Millionen? Ohrfeigen? Hey, habt ihr angerufen? Nein. Echt nicht? Nee. Okay. Nee, Sie haben... Ihn haben Sie angerufen, ne? Sie schauen so. Sie haben ihn angerufen. 13 Anrufe in Abwesenheit. Das waren auch Sie. Ja, genau. Hi, Entschuldigung. Er hätte gerne deine Nummer. Einfach eintippen. Äh, meine Nummer? Ja, einfach eintippen. Keine Ahnung. Papa! Geht er dran? Hallo, Papa. Okay, super. Warst du das? Ja, na klar. Der meldet sich dann. Okay, aber Körperbehaarung magst du schon, ne? Bisschen Körperbehaarung, findest du schon okay, ne? Ja. Okay, nee, dann ist doch alles wunderbar. Super! Du hast die Nummer! Yes, Mann! Ja! Yes! 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 Ahmet je? Ahmet je? Ehemous? Okay, werd prevent sie irgendwannler.